Hallo Sammlerfreunde, heute möchte ich euch ein paar Neuprägungen der Münze Österreich vorstellen und ein wenig auch auf den Grund für den geschäftlichen Erfolg dieser Münzen eingehen. Beginnen möchte ich mit den 100 Kronen. Diese wurden von der Münze Österreich bis 1988 unverändert mit dem Prägejahr 1915 geprägt. Das es bei den Original 100 Kronen nicht gab. Die Münzen haben einen Durchmesser von 37 mm, die Stärke des Materials beträgt 2,15 mm. Das Bruttogewicht 33,88 Gramm. Bei einem Goldgehalt von 900 hat die Münze ein Feingewicht von 30,49 Gramm. Diese Nachprägungen wurden in der Regel nicht gekapselt und werden in banküblicher Haltung zum Goldtagespreis einschließlich einer Bankgebühr gehandelt. Auf der Reversseite ist, wie bei den 10 und 20 Kronen Goldmünzen auch, der österreichische Doppeladler mit der Rudolfs- oder Kaiserkrone abgebildet. In seinen Empfängen hält der Adler links ein Zepter und ein Schwert. Rechts einen Reichsapfel. Auf der Brust ein Wappenschild, im Hintergrund das Hochmeisterkreuz des Deutschen Ordens. Darüber von links das Wappen der Habsburger. In der Mitte das Wappen Österreichs und rechts das Wappen von Lothringen. Das Wappen ist eingefasst mit fünf Orden. Vier Orden an Ketten und das goldene Vlies. Oberhalb des Doppeladlers steht C. Koranee für 100 Corona und rechts die römische Zahl für 1915. Links und rechts neben der Adlerschwanzfeder steht 100 Corona und darunter wieder die Jahreszahl 1915. Der breite Rand zeigt das Randschiff, den Wahlspruch des Kaisers Viribus Unitis. Auf dem Avers ist das bloße Haupt des Kaisers nach rechts mit der Umschrift Franz Josef I. von Gottes Gnaden, Kaiser von Österreich, König von Böming, Galizien und Illyrien etc., apostolischer König von Ungarn zu sehen. Unter dem Halsabschnitt steht die Signatur von Stefan Schwarz, der dieses Münzbild geschaffen hatte. Die 100-Kronen-Münzen wurden in der österreichischen Reichshälfte im Jahr 1908 zum 60-jährigen Regierungsjubiläum des Kaisers zum ersten Mal geprägt. Die nur in diesem Jahr geprägte Variante zeigt auf der Reversseite die liegende Siegesgöttin, die einen Kranz hochhält und sich mit dem linken Arm auf einem österreichischen Wappenschild abstützt. Die originalen Prägungen ab 1909 bis 1914 entsprechen jener Variante, die für die Nachprägungen der Münze Österreich gewählt wurde. Die originalen Münzen werden im Münzhandel je nach Erhaltung zwischen 4.000 und 7.000 Euro gehandelt. Vorzüglich erhaltene Exemplare gehen oft in die 10.000er-Euro-Grenze und auch darüber. Bei der gleichen Größe und Gewicht der Neubriggungen. Während man bei einem Original, das man so teuer ersteigert hatte, bei einem Wiederverkauf auch kräftig verlieren kann, kann man bei den Neubriggungen immer mit dem Goldpreis rechnen, der sicherlich die nächsten Jahre konstant steigen oder zumindest auf dem hohen Niveau bleiben wird. Die österreichischen Neubriggungen auf dem Weg zu ihrem Erfolg. Ein englisches Handelsunternehmen für Edelmetalle stellte Anfang der 1970er Jahre zu dem in den USA im Jahre 1933 erlassenen und später noch mehrmals verschärften Golfverbots für US-Bürger und Unternehmen fest, dass dieses Verbot eine Gelücken bot, die man geschäftlich nützen könnte. Unter anderem waren Sammlermünzen, die vor 1933 geprägt wurden, von dem Verbot ausgenommen. Das Handelsunternehmen fand heraus, dass auch neu geprägte Goldmünzen, die über ein Prägejahr vor 1934 verfügten, wie die Neubriggungen der Kronenmünzen, von diesem Gesetz nicht erfasst wurden und so legal in den USA verkauft werden durften. Das englische Handelsunternehmen wählte die Goldprägungen des Hauptmünzamtes in Wien, das die Goldmünzen in der erforderlichen Qualität herstellen konnte und wahrscheinlich auch die besten Konditionen bot. Das Goldverbot in Amerika war als späte Folge des Börsenkraches in New York am 24. Oktober 1929 eingeführt worden. Alle führenden Wirtschaftsstationen hatten einen Goldstandard, das heißt Banknoten, konnten in Gold gewechselt werden. Als typische Reaktion auf den Börsenkrach hortete die Bevölkerung das Gold, das damit ständig an Wert zulegte. Um dem hingegen zu steuern, erließ Präsident Roosevelt 1933 ein Gesetz, das den privaten Goldbesitz im Inland verbot. Bis zum 1. Mai mussten alle US-Bürger ihre Goldbestände bei den Behörden abliefern, mit der Ausnahme von Goldschmuck und historischen Münzen. Es gab einen Freibetrag von 100 US-Dollar, was bei dem damaligen Goldpreis von 20,67 Dollar pro Unze nicht ganz fünf Unzen entsprach. Dass diese staatliche Enteignung nicht zur Gänze umgesetzt werden konnte, liegt klar auf der Hand. Obwohl die Staatsmacht durchgriff und die Behördenkontrollen durchführten, wird vermutet, dass die Bevölkerung damals nur an die 30 Prozent vielleicht etwas mehr deren privaten Besitz befindlichen Goldbestände übergab. 1961 verschärfte Präsident Eisenhower das Verbot zum Goldbesitz noch, als nun auch der Goldbesitz von US-Bürgern im Ausland mit Ausnahme von Sammlermünzen unter Verbot gestellt wurde. Ein Jahr später verschärfte Präsident Kennedy das Gesetz, nun war es auch verboten, Sammlermünzen im Ausland zu lagern. Die Besitzer wurden verpflichtet, ihre Depots in die USA zu verbringen. 1969 kam es zu ersten Lockerungen. Nun durften erstmals historische Münzen aus der Zeit vor 1934 auch ohne Lizenz in die USA importiert werden. Präsident Ford hob am 31. Dezember 1974 das Goldverbot auf. Somit war es wieder, Bürgern und Unternehmen erlaubt, Gold zu besitzen und zu handeln. Die Neuprägungen der einfachen Dukaten werden von der Münze Österreich mit dem Prägejahr 1915, was auch das letzte Jahr der originalen Prägung war, bis heute geprägt. Die Münze hat einen Durchmesser von 19,75 mm bei einer Materialstärke von 0,8 mm. Das Bruttogewicht beträgt 3,49 g und das Feingewicht der Münze 3,44 g. Die Münze hat einen Goldfeingehalt von 986. In der Regel sind diese Münzen nicht gekapselt und werden in banküblicher Haltung zum Goldtagespreis einschließlich einer Bankgebühr gehandelt. Die ersten Dukaten auf Franz Josef wurden im Jahr seines Regierungsantritts als Kaiser 1848 geprägt. Der Verst zeigt den Kopf des jungen Kaisers ohne Bart nach links. Insgesamt wurden im ersten Jahr 26.000 Exemplare ausgegeben. In den drei folgenden Jahren 1849 bis 1851 wurden jeweils nur 2.292 Exemplare der einfachen Dukaten hergestellt. Die ersten vier Prägejahre wurden nur in der Münstädte Wien geprägt. Im Jahr 1852 erfolgte eine Änderung der Reversseite. Der Kaiser mit Oberlippenbart blickt nun nach rechts. Das Porträt wird als Typ 1 bezeichnet. Dieser Typ 1 wurde auf den einfachen Dukaten ab 1852 bis 1859 verwendet. Ab 1848 bis 1857 waren die Dukaten im Kaiserreich noch Umlaufmünzen. Ab 1858 bis 1915 wurden die einfachen und vierfachen Golddukaten nur noch als Handelsmünzen für den zwischenstaatlichen Warenhandel eingesetzt. Die Lateinische Münzunion wurde erst im Dezember 1865 von Frankreich, Belgien, Italien und der Schweiz gegründet. Österreich trat dieser Währungsunion nie offiziell bei, prägte aber ab 1870 bis 1892 die vier Gulden oder vier Florin zu 10 Franken und die acht Gulden oder acht Florin zu 20 Franken in 900er Gold, die in Größe und Gewicht den Goldnominalen der Lateinischen Münzunion entsprach. Trotz dieser währungstechnischen Maßnahme wurden auch weiterhin die einfachen und vierfachen Golddukaten als Handelsmünzen geprägt. Die Ausgaben der Dukaten 1852 bis 1859 wurden in den Münstädten Wien Buchstabe A, Kremnitz, Prägezeichen B, Karlsburg, Prägezeichen E, Venedig, Buchstabe V und 1855 und 1858 in Mailand mit dem Prägezeichen M geprägt. Ab 1860 bis 1865 folgte eine weitere Avers-Typänderung, Typ 2 der Kaiser mit Backenbart. Geprägt wurden die Dukaten vom Typ 2 in den gleichen Münstädten wie der Typ 1 aber ohne Mailand, das nach der verlorenen Schlacht von Solferino mit der ganzen Lombardei an das Haus Sardinien in Piemont gefallen war und dann Teil des neuen Königreiches Italien wurde. 1867 erfolgte eine Porträtanpassung auf dem Avers. Der Kaiser trug jetzt einen längeren Backenbart. Dieser Typ wird als Typ 3 bezeichnet. Im Jahr 1867 wurden die einfachen Dukaten noch in Wien, Kremnitz und Karlsburg geprägt. Venedig war an das Königreich Italien verloren gegangen. Ab 1868 bis 1872 wurden die einfachen Dukaten nur mehr in der Münstädte Wien mit Prägezeichen A geprägt. Im Jahr 1872 erfolgte eine weitere Anpassung der Avers-Seite zum Avers Typ 4. Der Kaiser Franz Josef I. mit starkem Backenbart zeigt. Im Jahr 1872 wurden also noch der Typ 3 und dann der Typ 4 geprägt, wobei ab dem Typ 4 die Prägezeichen wie bei allen österreichischen Nominalen bis zu dem Zusammenbruch der Monarchie 1918 wegfielen. Der Porträt Typ 4 des Kaisers wurde von der Münze Österreich für ihre Neuprägungen der einfachen Dukaten übernommen. Über die gesamte Prägeperiode der Dukaten blieb die Reversseite gleich. Der große mit der Kaiserkrone begrünte Doppeladler mit Wappenschild. In den Fängen links Zepter und Schwert rechts den Reichsapfel. Die Münze Österreich prägte die 100-Kronen-Münze in großen Mengen, weit über den nationalen Bedarf. Das für die Prägungen benötigte Gold wurde von der ersten privaten Bank Österreichs, das Bankhaus Winter nach Österreich importiert und das Londoner Unternehmen organisierte den Verkauf in die USA. Die erste Serie der 100-Kronen bestehend aus 16.000 Stücken, das entsprach unter einer halben Tonne Gold, wurde innerhalb von wenigen Minuten verkauft. Aufgrund der riesigen Nachfrage folgte Tranche um Tranche, die mit immer höheren Aufschlägen verkauft werden konnten. Innerhalb eines Jahres wurden an die 45 Tonnen der 100-Kronen-Münzen Neuprägungen verkauft. Der amerikanische Markt war nach dem jahrzehntelangen Goldverbot ausgehungert nach Gold. Mit den 100-Kronen war der Anfang auf den amerikanischen Markt geschaffen und damit die Produkte vor allem die Neuprägungen wie die Einfach- und Vierfachen Dukaten, die 4 und 8 Gulden der Münze Österreich bekannt geworden. 1989 wurde der Wiener Philharmoniker mit Münzen zu einer Unze nominal 2000 Schilling und einer Viertel Unze nominal 500 Schilling auf den Markt gebracht. In dem Jahr wurde das dem Finanzministerium unterstehende Hauptmünzamt, warum auch immer, von der Republik Österreich an die Österreichische Nationalbank verkauft. Die Philharmoniker wurden wie die 100 Kronen ein weiterer geschäftlicher Erfolg aus der Prägeanstalt der Münze Österreich. Der Philharmoniker wurde in verschiedenen Nominalen zuerst in Schilling später in Euro ausgegeben. Die Viertel Unze mit dem Nominal 500 Schilling wurde seit Beginn dieser Ausgabe 1989 bis 2001 geprägt. Mit der Währungsumstellung auf den Euro im Jahr 2002 änderte sich auch das Nominal der Viertel Unzen der Philharmoniker auf 25 Euro. Die Tabelle zeigt eine Übersicht der geprägten Viertel Unzen von 1989 bis 2001 im Schilling Nominal. Die allein für den Zeitraum ausgeprägten 500 Schilling entspricht einem Gewicht von über 12 12.618 Kilogramm Gold. Die Münzen zu einem Viertel Unzen Gold des Philharmoniker haben einen Durchmesser von 22 Millimeter eine Materialstärke von 1,2 Millimeter das Brutto und Feingewicht beträgt 7,77 Gramm bei einem Feingehalt von 999,9 Gold. Die Münzen sind in der Regel nicht gekapselt. In der Werbung wurde propagiert, der Philharmoniker sei nach der Gold Britannia die zweite europäische Anlagemünze aus Gold und habe den Status eines offiziellen Zahlungsmittels. Behauptungen, die beide als Werbegag abgetan werden können. Denn was sind die ganzen Vorläufer, die Neubrägungen der Münze Österreich? Eben Goldanlagemünzen, die zum Teil immer noch auf den Markt geworfen werden und die mehr von einem offiziellen Zahlungsmittel nimmt hoffentlich keiner ernst. Der Euro-Nennwert auf den Münzen kann nur als reine Dekoration gesehen werden und stellt keinen annähernd realistischen Wert dar. Wer würde denn mit einer 25-Euro-Münze, die über 400 Euro gehandelt wird, bezahlen wollen? Seit der Einführung des Euro im Jahr 2002 werden die Münzen nicht mehr mit dem Nominalschilling, sondern mit dem Euro als angebliche Münze verkleidet. Das Motiv ist abgesehen vom Prägejahr und dem Nominal seit Anfang an gleich geblieben. Auf dem Revers ist die große Urgel aus dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins abgebildet. Auf dem Revers befinden sich Instrumente eines großen Orchesters. Ein Horn, eine Harfe, ein Fagott, vier Geigen und in der Mitte ein Cello. Zum Start im Jahr 1989 wurde die Münze als eine Unze und Viertel Unze ausgegeben. Später folgten eine Halbe Unze und eine Zehntel Unze. Ab 2014 brachte man noch eine 25. Unze auf den Markt, wahrscheinlich um auch die niedrigen Einkommensschichten abzudecken. Außerdem ist mittlerweile der Goldpreis so hoch gestiegen, dass sich auch leichtere Münzen rechnen, um die Prägekosten abzudecken und trotzdem Gewinn zu machen. Der Kaufpreis der Philharmoniker hängt vom aktuellen Goldhandelspreis ab, zuzüglich eines Aufgeldes der Bank, den man vor dem Kauf vergleichen sollte.